Ehepartner gestorben, Rentenvorschuss sichern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Es wird uns möglicherweise alle treffen, oder viele von uns zumindest treffen, dass unsere Ehepartner irgendwann mal sterben. Vielleicht sind die Männer etwas eher dran als die Frauen oder je nachdem, wie die Wechselfälle des Lebens einfach so spielen. Ja, und da ist es einfach so, dass nicht nur der Tod als solches oder der Verlust unseres geliebten Partners uns natürlich auch in ein emotionales Loch hineinbringt, sondern möglicherweise auch, dass dann finanzielle Schwierigkeiten auftreten. Und genau dafür sieht das gesetzliche hinterbliebenen Rentenrecht den sogenannten Sterbequartalsvorschuss vor. Aber nur für die Menschen, deren Ehepartner schon selbst eine Rente bezogen haben. Und hier ist es ganz einfach so, wenn dort ein Ehepartner stirbt, der eine Rente schon, eine gesetzliche Rente bezogen hat, stirbt, kann man dann ungefähr mit dem Dreifachen des monatlichen Rentenwertes oder der monatlichen Rente des verstorbenen Ehepartners rechnen. So ist ungefähr diese Faustformel oder die Regel. Das heißt, was machen Sie, wenn Ihr Ehepartner verstorben ist und er eine Rente bezogen hat? Dann stellen Sie bitte beim Postrentenservice der Deutschen Post einen Antrag auf dieses sogenannte Sterbequartalsvorschuss. Als Vorschussleistung, also als relativ schnelle Geldleistung. Was müssen Sie dort als Nachweise erbringen? Erstens eine Sterbeurkunde, zweitens Ihre Geburtsurkunde und natürlich den Nachweis, dass Ihr verstorbener Ehepartner eine eigene gesetzliche Rente bezogen hat. Nicht zu vergessen bitte, dass Sie auch bitte gleichzeitig mit dem Antrag auf Sterbequartalsvorschuss auch noch einen Antrag auf die hinterbliebenen Rente, also die Witwen- oder Witwerrente dann auch schnell stellen. Und dann wird praktisch im Ergebnis die Rentenhöhe der Witwenrente konkret ausgerechnet und wird dann möglicherweise auch noch mit dem Vorschuss verrechnet. Bitte eins nicht zu vergessen, in den ersten drei Monaten, in dem Ihnen dieser Vorschuss ausgezahlt wird, gibt es an die Witwenrente, also an die ungekürzte Witwen- oder Witwerrente keine Einkommensanrechnung. Also nicht vergessen, wenn Ihr Ehepartner verstorben ist, zum Postrentenservice und innerhalb von 30 Tagen nach dessen Tod den Antrag auf Vorschussleistung stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.